Artikel 22 Recht auf soziale Sicherheit Das Recht auf soziale Sicherheit schließt eine bezahlbare Wohnung, Jugendfürsorge und ein bezahlbares Gesundheitswesen ein. Das Recht auf soziale Sicherheit orientiert sich immer an den Möglichkeiten eines Landes. Bei uns ist dieser Artikel im Wohngeld Wohnberechtigung gescheint oder Hartz IV bzw. Sozialhilfe umgesetzt. Damit soll es jedem ermöglicht werden, menschenwürdig zu leben über das, was dazu nötig ist. Lässt sich natürlich treiben. So, das war Artikel 22 Recht auf soziale Sicherheit. Bis dann!